Vorhanden. Weil die Pistole gescheit gedämpft ist. Ich guck raus. Nichts. Okay, ich muss was drücken. In die Richtung müssen wir dann sowieso. Wo seid ihr? Ach, ihr seid wieder dran. Alter, da muss ich viel trinken. Ich muss da auch relativ viel trinken. Alter, ich hätte nicht gedacht, dass ich noch mal heil ans Airfield ankomme, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Schön, dass du so viel Vertrauen in mir hast. Schon, ne? Ich finde es auch schön. Kann man da rein, das Gebäudchen? Da kann man noch rein, wo man reingucken. Wer schreibt mich denn da die ganze Zeit an? Ihr wollt mir aber nicht zufällig Deckung geben. Oh, trägst du noch? Ja. Ich hab gedacht, du stehst aus mal Auge. Bist schon aufgestanden. Okay, gehen wir mal das Gebäude. Hab ins Gebäude. Ich hab die ersten beiden Türen schon aufgenommen. Wo ist Ace? Daumen? Ich hab die ersten beiden Türen schon aufgefunden. Ich hab die ersten beiden Türen schon aufgefunden. Sie haben die ersten beiden Türen schon aufgefunden. Das habe ich mich noch aufgefunden. Hier liegt nichts weiter als Eurel z.B. ja mach mal wer schreibt mich denn da jetzt die ganze zeit an ich bin es nicht ja fegt die waldfee pusko oder pusko ja das ist uninteressant für uns Prozent Moosin okay rausgehen er war immerhin wo bist du noch ich halte die Stellung ich bin in einem kleinen Welchen hinter dem Haus wo ihr gerade seid wie wäre es wenn du zum Haus kommst guck hier raus ich gucke raus dass keiner kommt hier ist überall weit und ich muss mal kurz in der Skype auf stillstellen das geht mir gerade auf die Nüsse du gibst mir Deckung danke oder ich mache Ego da kann ich zielen oh verdammt jetzt haltet doch mal die scheiß Schnauze da ich muss mir noch mal hinlegen sorry dass ich jetzt kurz das organisieren muss Alter so speichern jetzt noch was bimmelt Moment so jetzt hört ihr mich noch ja okay ich bin wieder da wo es ist wo bist du komm mal ich bin wieder da wo es ist wo es ist wo wir hin wollen wenn ich den weg noch ausfindig kennen muss jetzt eine straße lang laufen muss jetzt eine straße lang laufen da wolltest du military base oder wo ja soll ich kurz auf den Kompass gucken das ist glaube ich neben wie ist die Stadt Kiboschni oder so hieß du hier soll ich kurz auf den Kompass gucken ist mach das 5 ja wartet ihr dann auf mich ja ich will nur ich will nur ein bisschen außerhalb stehen nicht dass wir alle drei nebeneinander stehen das ist ein gefundenes Fressen hm so jetzt komm mach okay da geht's lang weißt du jetzt eigentlich was ich dir das nicht angeschrieben hat ne kein Plan seid ihr da wo ist jetzt der Ace hin hinter euch Alter lauf doch einfach Ace weiß was er tut er hat uns schon öfters den Arsch gerettet das heißt mir einmal aber trotzdem wenn man sich überlegt wie viele Leute wir seit hier umgelegt haben und wie oft ich äh nicht nur ich sondern wir insgesamt umgebracht wurden das ist eigentlich erstaunlich dass wir so wenig umgebracht wurden ja ich wurde genau zu sein zweimal getötet ah tazaa ich hab den Standscreen so ja ich hab auch gerade jetzt fragt er mich ob ich nachladen will ich will aber auf den Kompass gucken und weiterlaufen sollen wir stehen bleiben und auf den nee nee weiterlaufen wo laufst du äh also der guckt dann rum ja also steckt man glaube ich mal in den Bau so dann laufe ich jetzt einfach so wo ist das Asien ja das habe ich wollte ich auch gerade fragen ey so bist du hin bin über die Wiese gelaufen super sich Kontakt würde sich anbieten ich sehe dich ich guck mal auf Spieler Liste Nikolaj ist immer noch drin auch scheiße ich will nicht in die First Person ich auch nicht ich mag jetzt also die bietet sich an Städten an und dann auch wenn es wenn wenig Lacks und Bugs drin sind ja aber wenn es dann so richtig ruckelt dann wird das nervig abgesehen davon hat man einfach mehr Überblicke wenn man außen sitzt sind wir alle da ja die First Post hat halt einen Vorteil wenn du irgendwie was mit der Mittelmaustaste aufnehmen willst ich habe ein Zombie gehört ich ziehe Waffe ne lauf weiter ok ja und weiter in die Richtung in die wir gelaufen sind dadurch dass das um gut das war ich dadurch dass wir haben das um im Spiel auch in der First Post und das hier quasi so wackelt mit der wenn man rennt Söder ist so ein bisschen realistischer verhalten werden und halt wenn man noch Bugs wird es richtig unerträglich ja wenn man immer die Screenlex hat gut erstes noch da wunderbar ist es gleich da bei den Screenlex in der dritte gleich bei alle Tod ich habe 19 Frames 16 17 18 19 als ein anderer was die um kleine 100 da oben rechts in der Bildschirm ist ich glaube es die Lebensenergie nicht mehr oder irgendwas von der Waffe ja für die Waffen Waffenzustand würde ich sagen ich habe euch gar nicht bemerkt als ihr aus dem Busch rausgelaufen seid aus welchem Busch? wir sind unsichtbar wo ist denn jetzt der R? ja das freu ich mich auch einmal wart ihr weg ich bin an der Straße ich laufe die Straße entlang da gibt es keine Straße wo wir sind und ein Teich gut da kommst du auf eine T-Kreuz und dann musst du geradeaus weiter rennen was ist eine T-Kreuzung? nein Spaß gut du hast die Waffe gezogen Adrielius? ja jetzt tauschen ich und Ace wieder die Plätze Zombie? aber ich weiß nicht von wo ähm ich ziele ich ziele oder ist bei dir gerade ein Zombie Ace? nein hä? ne Hupe du ne? hast ne Hupe gehört? Toni wieso kannst du nicht einfach bei uns bleiben? ich habe euch nicht bemerkt als ihr losgelaufen seid aber ich kenne den Weger sowieso wir gehen einfach in die Military Base rein wir werden es dort so oder so sehen du hast gerade geschossen du hast gerade geschossen war er ist Zombie da war ein Zombie Adriel ist auf die Straße ich halt auf die Military Base wo ist denn die Straße? die ist da hinten hier guck mal in die Richtung in die ich guck da hinten siehst du die Leitplanke ne ich sehe gar nichts du weißt halt so in die Richtung er halt so in die Richtung einfach hier ist ja noch ein Zombie auch nicht auf die Idee ich geh in die Eko na es kann ich ein bisschen besser was erkennt ich sehe ich auch ne Straße komm was dann ist ja ich sehe dich stehe dich auch mitten auf der Wiese hinter dir läuft ein Zombie wir sitzen auf der Wiese halt dich links halt dich links halt dich links ich stehe auf ich schieße aber nicht auf mich links links Hallo Ace was ist links sollst du laufen ich stehe mich doch nicht mitten auf die Wiese rauf hast du getroffen? ja ich hab nen Tod hab nen Tod gemacht wunderhübsch oh nein ja Markus scheint ein wenig genervt zu sein warum ihr mitten auf der Wiese steht verstehe ich nicht jeder sieht euch auf der Wiese auf uns auf der Wiese sieht man uns überhaupt nicht ha äh guter Witz oh Standbild ich auch so kält ich mach dich kaputt äh gehen wir ins erste Haus rein ähm ich würde erst Zombiebereinigung machen ok gut hier scheint soweit nichts zu sein ok ok ganz frei gehen wir mal ins Haus rein oh Standbild aber echt ey oh hier liegt was hier liegt eine Bittelses oh einfach ein Rotner hier liegt was zu tranken das werde ich gleich mal trinken oder braucht ihr noch von euch tranken ne dann trinke ich das was ist da jetzt los alter warte ich laufe schon ey wo bist du hin im ersten Raum oh oh ich hab ne Jacke gefunden die zwei Plätze mehr tragen kann sowas könnte ich auch noch gebrauchen hey ach das ist so dreckige Leck immer du bist im anderen Haus oder wo bist du seid mal kurz still ja wir sind gerade zu dir gelaufen nicht nicht bewegen ich steh grad hinten auf dem Feld er läuft schon wieder ok ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen außerhalb des Hauses euch beräusche ich bin grad mit auf dem Feld gehen wir zum nächsten Haus rüber nee wir warten hier eine Stunde natürlich gehen wir tüüüü tüüü rein mit ihr Soldat das ist eine Schulterstütze macht aber die ganze Sache nicht viel besser ach komm oh da liegen Schuhe ernsthaft dieses diese Frame Drops die Pimmeln mich gerade so derbe an ja ich bin schon mal wegen so ein äh solche so ein Bild stand schon mal getötet worden naja ist behindert ja wirklich getötet stand da you are dead jetzt jetzt hab ich mhm seid ihr noch halt da? ja seid ihr noch halt da? ja seid ihr noch halt da geh mal weiter gut sind wir da? ja wir sind alle da wir sind alle da wir sind alle da ähm hm oh komm oh komm aber wir haben die ja offensichtlich doch immer alle gleichzeitig mhm ok da gehts ins Haus ich mach auf dann warte 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 ich mach Visier ja du machst die Tür auf und bleibst erstmal stehen ok? ja ok ok 3 2 1 Tür auf ok rein haha es steht da halt einer und drei Mann zielen auf ihn bam 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 da liegt ein Magazin ich halte die Tür ok Adriel was ist bei dir so? oh bei mir alter bei mir grad leckt was war bei dir so? äh nur was zu trinken und eine Bandage oh warten da liegt was hier liegt Thunfisch Thunfisch oh alter ich kann nichts machen Treckmenü na super hab ich eingesperrt das ist echt wie Pimmeln mal her ich wäre mal für wechseln weil das ist echt nervig boah ne ich muss jetzt dann sowieso langsam mal raus ich muss heute noch was anders machen heute Abend kann mal wieder ah jo da kann ich nicht so lange ich muss nur noch halb 10 ins Bälle ja ja nicht 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 lecken ok ich werde meine Nota Coda haben ja nicht so oh ne Nuka Cola ok dann setzen wir uns einfach da oben rein da steht auch Crowby höh nö nö wo gehen wir sind bleiben wir jetzt hier drin oder was bleiben wir jetzt hier drin oder was weiß nicht ihr könnt natürlich auch weitermachen ich werde mir jetzt mal rum warum mehr oder wenn wir jetzt weiter machen das wird der Wolken wahrscheinlich der großen Seil wird immer abknallt wir bleiben jetzt hier erst mal drin oder in Richtung also ich gehe hinter uns Bett hier erst mal okay wir gehen raus oder warte dann geht's richtig gut ich bin die Träger noch gar kein Humor ich muss noch eine Zeit sein mal kurz gucken kann uns vom Fenster aus sehen da wäre von beiden nicht scheiße in beiden könnte man es kaum sehen okay dann stelle ich mich mal da rein und wird das Bett da kann man da will ich mich nicht erstellen da bin ich heute gespawst wurde verletzt wegen dem Bett weil es zu eng ist dann gehe ich hier hin da stehe ich mich daher fecken schon mal Entschuldigung Aufnahmstopp ja aber warte meister sitzt der Adriles auch vorm Fenster Adriles geh mal noch in die Ecke rein da vielleicht zum Ace setzt ihr zwei euch in die Ecke da hinten rein Ok Verabschiedung wenn es geht So sehr geehrte Damen und Herren das war eine schöne Aufnahmesession mit den Herren hier im Raum Ich hoffe es hat gefallen wir sehen uns und tschö Tschüssi